Die Decker waren an den Trakern verwandtes Volk das seit dem 5. Jahrhundert v. Chr. die Gebiete des westlichen Schwarzmeergebietes besiedelte, Herkunft und Herrschaft. Sie sind eng mit den benachbarten Geten verwandt und hatten vermutlich dieselbe Sprache wie diese. Erst ab dem 1. Jahrhundert v. Chr. sind beide Stämme unter Börebista vollständig im Dakar-Reich vereint und expandierte auch in die Karpaten, wobei sie ihr Machtzentrum von Agedawa weiter nördlich nach Sameisgetusa an den Mittellauf der Donau verlegten. Im Jahre 60-59 v. Chr. unterwarfen sie die Bäuer und Tauriska und attackierten die griechische Stadt Olbia am Schwarzen Meer. Dies spricht dafür, dass die Decker ursprünglich aus einem Trakerstamm entstanden. Nach der Unterwerfung durch Trajan umfasste die römische Provinz im Wesentlichen das von ihnen bewohnte Gebiet. Die Provinz reichte aber über das Territorium des heutigen Rumänien hinaus und schloss im Westen Teile der panonischen Tiefebene und im Osten auch. Teile Moldawiens und Bulgariens ein. Historiker leiten die Herkunft der Rumänen über die Darko-Romanen von den Dakern ab. Tacitus sah in den Dakern ein stets unzuverlässiges Volk. Geschichte Im Zeitraum um 50 v. Chr. Unter dem König Börebista entstand aus den vielen kleinen Dakar-Reichen ein erstes großes Dakar-Reich mit dem Schwerpunkt im heutigen Siebenbürgen. Im Westen reichte es bis nach Meeren, wo es einige Stämme der Kelten unterwarf. Im Osten bis an das Schwarze Meer und zum Bug und im Süden bis hin zum Balkangebirge. Im Jahr 44 v. Chr. Wurde Börebista ermordet und sein Reich zerfiel in fünf Teile. 29 v. Chr. Unterlagen die Dakar als Verbündete des Marcus Antonius gegen Octavian, den späteren Kaiser Augustus. 16 v. Chr. Fielen die Dakar über die zugefrorene Donau in Pannonin ein, wurden jedoch von Kaiser Augustus vernichtend geschlagen und zur Anerkennung der römischen Oberherrschaft gezwungen. Nach der Romanisierung der umliegenden Gebiete entsteht eine Freundschaft mit Rom. 85 n. Chr. Drang ein Stamm der Delka, dessen Gebiet an der römischen Grenze lag unter der Führung des Diopanois in die römische Provinz Mysia vor. Römische Truppen wurden daraufhin vom Rhein in die Provinz Mysia verlegt. Gleichzeitig wurde der römische Krieg gegen die Tschetten bei Colonia, eingestellt. 86 n. Chr. Wurden die dakischen Stämme zum letzten Mal vereint unter dem Dakar-König des Belles. Kaiser Domitian befahl einen Feldzug gegen Sarmais-Getusa, Hauptstadt des unter des Belles vereinigten Dakar-Reiches und dessen Sitz, der jedoch wegen Wintereinbruch und politischer Machtkämpfe nicht fortgeführt wurde. An den Grenzen der Provinz Pannonin hatten sich die Markomanen und die Jaycicen gegen Rom erhoben, um der Vereinigung dieser Kriegsparteien mit den feindlichen Dakarn und somit einer geschlossenen feindlichen Front von Donau bis zum Schwarzen Meer, zuvorzukommen, schloss Domitian 89 n. Chr. mit des Belles einen Friedensvertrag. Dakin wurde Vasallenstaat Roms und erhielt Aufbauhilfe in Form von Geldern und römischen Handwerkern und Architekten. Dieser Frieden wurde nach Domitians Tod 96 n. Chr. als gewaltiges Schmach aufgefasst. Deshalb erklärte Kaiser Trajan dem Dakar-König des Belles 101 n. Chr. den Krieg. 102 endete dieser Krieg mit einem erneuten Friedensvertrag verbunden mit Landabtretungen Dakins an das Römische Reich. Nach der Abreise Trajans rüstete des Belles jedoch erneut und begann nach Verbündeten zu suchen. Das führte zum Zweiten Dakar-Krieg in dessen Verlauf Dakien besiegt und die römische Provinz Dazia erschaffen wurde. Des Belles beging wie viele seiner Landsleute und seiner generelle Selbstmord nachdem ihm die Fluchtmisslungen war. Sa-Mais-Getusar wurde nach der Eroberung durch die Römer zerstört. 40 km vom Ursprungsort entfernt bauten sie eine neue Stadt. Diese wurde Hauptstadt der nun römischen Provinz Dazia. Trajan kehrte mit 330 t Gold, 165 t Silber und mit 50.000 Gefangenen zurück. Somit konnte er die fatalen finanziellen Probleme Roms lösen. Der Sieg Trajans über die Delka wurde in Rom unter anderen Erfolgen auf der Trajans-Säule dargestellt. Zudem schrieb er ein Tagebuch über die Dakischen Kriege, das jedoch verloren ging.